Serienräuber wie im Actionkino. Drei spektakuläre Überfälle auf Geldtransporter sorgen in den vergangenen Jahren für Aufsehen. Zwei in Köln und einer in Frankfurt am Main. Maskierte überfallen die Mitarbeiter, schießen um sich, stecken später ihre Fluchtautos in Brand und verschwinden unerkannt. Fall 1. Im März 2018 überfallen Unbekannte einen Geldtransporter auf einem Ikea-Parkplatz in Köln-Godorf. Die Täter fackeln das Fluchtfahrzeug im Anschluss ab. Fall 2. Flughafen Köln-Bonn im März 2019. Ein Video zeigt insgesamt zwei Täter, die zuvor einen Geldtransporter überfallen haben. Ein Augenzeuge hat die Flucht aus sicherer Entfernung gefilmt. Höhe der Beute unklar. Nachdem sie die Beute verstaut haben, rasen sie davon und verbrennen später das Fluchtfahrzeug. Fall 3. In Frankfurt am Main im November 2019 werden zwei Geldboten durch Schüsse schwer verletzt. Der mit einem weißen Kapuzenpulli bekleidete Täter hat vormittags einen Geldboten auf dem Parkplatz vor dem Ikea-Möbelhaus in Niedereschbach überfallen. Nach ersten Ermittlungen soll er genau in dem Moment den Geldboten abgepasst und Geld gefordert haben, als dieser gerade die Einnahmen in den Transporter laden wollte. Allen drei Fällen sind die Täter mit in den Niederlanden gestohlenen und mit falschen Kennzeichen ausgestatteten Autos geflüchtet, hatten diese unweit des Tatortes angezündet und die Flucht mit einem bereitstehenden zweiten Fahrzeug fortgesetzt. Thomas Drach. Der mittlerweile 60-Jährige ist ein Schwerkrimineller aus dem Rheinland. Bereits mit 13 wurde er das erste Mal von der Polizei aufgegriffen, weil er Autos geknackt hatte. Mit 18 beging er zusammen mit seinem Bruder zwei Überfälle, für die er mehrere Jahre im Gefängnis saß. 1996 dann erlangte Drach zweifelhaften Ruhm, weil er für einen der spektakulärsten Kriminalfälle Deutschlands verantwortlich war, der Entführung von Tabakerbe Jan Philipp Remsmar. Mit drei Komplizen entführte Drach den Publizisten auf dessen Grundstück und hielt ihn 33 Tage lang in einem Keller gefangen. Nach der Übergabe von 30 Millionen Mark Lösegeld wurde Remsmar dann mit den Worten »Sie erleben die Luxusversion einer Entführung« freigelassen. Drach flüchtete nach Südamerika, wo er zwei Jahre später gefasst wurde. Seit 2013 ist der 60-Jährige nun auf freiem Fuß. Seitdem sollen drei schwere Überfälle auf sein Konto gehen. Frank, du hast weitere Informationen zu dem Festgenommenen. Ja genau, nach exklusiven Bildinformationen handelt es sich bei diesem festgenommenen 60-jährigen Deutschen, den du gerade beschrieben hast, um Thomas Drach. Und Thomas Drach, viele werden sich jetzt schon erinnern, wer dieser Thomas Drach ist. Er ist der berühmte und berüchtigte Entführer von Remsmar, dem damaligen Milliardär in Hamburg. Diese spektakuläre Entführung. Mehrere Wochen war Remsmar in der Gewalt der Entführer. Und Thomas Drach war der Kopf dieser Entführer. Er gilt als Schwerkrimineller, als Berufskrimineller. Und er ist jetzt mittlerweile seit 2013 schon wieder aus der Haft entlassen. Er hat seine knapp 15 Jahre abgesessen. Ja, und man könnte so schön sagen, er hat nichts anderes gelernt. Er hat dann mehr oder weniger back to the roots, zurück zu seinen Wurzeln offenbar gedacht. Denn man muss wissen, bevor er diese spektakuläre Entführung in Hamburg damals mit Komplizen gemacht hat, hat er damals schon mit 18 Jahren einen Supermarkt überfallen. Also auch da war er als Räuber unterwegs. Und dann hat er einen sehr spektakulären Überfall mit seinem Bruder begangen. Sie sind damals in eine Sparkasse in Köln mit einem Auto durch die Schaufensterscheibe direkt bis vor den Schalter gerast. Sind dann rausgesprungen aus dem Auto, waren mit Schrotgewehren bewaffnet und haben diese Bank überfallen. Und damals wurden sie sehr schnell geschnappt, haben eine langjährige Haftstrafe schon abgesessen. Ja, und eigentlich kann man sagen, das ganze Leben von Thomas Drach ist eigentlich nur eine Karriere eines Schwerkriminellen. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei BILD. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren. Ja, danke. Vom Köln mit dem Auto, ist der Köln mit dem Auto. Vielen Dank.